seht ihr ich kann das auch okay sogar eigentlich richtig op oh mein gott oh mein gott so leute herzlich willkommen für frei für alle ffa freitag black ops 2 hatte ich wieder richtig bock drauf irgendwie wird einfach wieder mit der an spielen können okay der hat mich irgendwie nicht gesehen jetzt nicht weil black ops 3 schlechtes oder so aber die ganzen zukunfts shooter die mir so ein bisschen dezent auf den sack so normalerweise hätte ich das jetzt wieder mit facecam gemacht meine güte der spiel mit pistol was ist das überhaupt für eine lobby nur prestigemaster ist ja geil normal hätte ich jetzt mit facecam aufgenommen aber da ich normalerweise eine brille trag und jetzt bei einem ego shooter wo ich mich wirklich konzentrieren muss wo ich perfekt sehen muss ich habe nur eine kleine sehschwäche aber die macht trotzdem ein bisschen was aus bei fallout kann man sagen gut spiele ich halt einfach so aber hier ist halt schon so dass ich benachteiligt bin und ja monitor licht reflektiert sich in der brille und es sieht dann irgendwie nervig aus und deswegen einfach so wer es noch nicht gesehen hat ich habe jetzt fallout eine reihe angefangen kein normales let's play mit facecam wird auch bald zombie modus geben mit facecam okay man sagt jetzt alter bist du scheiße du verlierst gegen ein pistol spaß die diese pistol ist richtig gut ich kann ja auch mal gleich rausholen um das zu demonstrieren dass sie eigentlich wirklich abgeht also die tag geht jetzt die 57 ich habe hier extra eine pistol class seht ihr ich kann das auch okay und wie sogar eigentlich richtig op oh mein gott oh mein gott jetzt ziehe ich hier alle mit der pistol oder wie ich trau mich nicht die hinten okay hol mich von der seite weg so leute liebe ich aber gut ist natürlich meine schuld was mich wundert je mehr videos ich mache desto weniger resonanz kommt irgendwie okay du mich halt nicht beachten ach du opfer alter ach du opfer alter also das hat mich jetzt hart getroffen an wen auch immer das jetzt gegangen ist ich weiß gar nicht ob ihr wirklich bock habt auf black ops 3 ich habe das gefühl irgendwie keiner hat bock auf black ops 3 aber mal sehen ist es jetzt im ernst mit der pistole ziehe ich alle oder wie oh mein gott die haben aber auch irgendwie voll bock auf pistolen seht ihr dass diese waffe ist op nehmt diese waffe aus dem spiel ich würde mal interessieren wie viel leute black ops 3 am pc spielen weil hier sind jetzt abends immer noch so 5000 die zahl hat sich irgendwie nicht verändert lasst mich in ruhe aber ich habe eine drohne krasse killstreak krasse killstreak mein gott nein es ist kein krasses gameplay aber hey es gibt ein video und ich verliere nicht das ist auch was oder im moment spiele ich so selten jungs und ich habe kreuz und quer heute call of duty gespielt ich habe mal eine runde mw1 gespielt eine runde mw2 und wieder black ops 3 dann black ops 2 mein gott den call of duty teil an einem tag und man merkt doch grundsätzlich bleibt das gleiche aber man merkt einfach das gameplay ist ein bisschen anders ganz kleine unterschiede haben wir dann doch also wenn man mw1 und dann black ops 3 spielt hintereinander merkt man einen dezenten unterschied ich würde zwar gern fest kann machen wieder aber wie gesagt geht jetzt hier nicht werde ich dann auch bei csgo nicht wirklich machen können aber jetzt black ops 2 zombie modus mit dem carbon games aufgenommen wirklich richtig geil das müsst ihr euch geben ein paar tagen so geile momente irgendwie immer wenn wir aufnehmen nein nein okay wer will wer will als nächstes sterben ja man merkt ich bin wirklich aus der übung gekommen jetzt wird auch noch aufgeholt er macht spannend okay ich lasse mich jetzt auf dieses level herunter okay genug ich möchte mich nicht auf dieses niveau weiter begeben deswegen wird eiskalt mit pistol hier rum genug jawoll jawoll das neue wort neues wort für 2016 das jugendwort jawoll lass mich in ruhe ich kaufe nichts ja geiler spawn oh black ops 2 oh mein gott 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 nein 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 bitte bitte lass mich das nicht verlieren bitte das will keiner hier aber sicher du opfer du du opfer lan okay um die alle jetzt noch mal zu ärgern welcome to youtube damit wir uns ein paar hello youtube damit wir uns ein paar hater einsammeln immer gut paar dislikes gut leute schaut mal die letzten videos durch checkt mal die video beschreibung bewerten kommentieren wäre natürlich geil und dann sehen wir uns das nächste mal wieder macht's gut und tschau ich hab äh 50 soll ich dich abonnieren ja man bitte bitte dann habe ich 51 abonnenten das wäre voll krass wenn ich auch abonnenten habe ich 52 abonnenten alter das wäre krass macht mal bitte bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt